Tja, grüße meine lieben WrestleManiacs da draußen, ich bin der Tukam Bansch und heute gibt es ja so den Probeversuch eines Sonntagstalks. Das ist so meine neue Rubrik, vielleicht nenne ich auch das ganze Tukam Sonntag oder ihr werdet es an dem Titel sehen. Es ist auch ein bisschen ungenau das ganze, wie sich die Rubrik dann nennen wird, aber ich begrüße euch heute auf jeden Fall hier zum Sonntagstalk. Ich habe das beim letzten Ankündigungsvideo schon bereits gesagt, dass ich probieren werde, jeden Sonntag so einen kleinen Wochenreview zu machen. Nicht nur was WWE angeht, sondern was generell so in der Welt draußen passiert ist, was mich persönlich gerade interessiert. Themen, die mich bereits, die mich sehr, sehr ansprechen auch zum Teil und die ich mich mit euch, dass ich es rauskriege. Ich starte den Take gleich neue Leute, ohne Witz, fällt ja schon mal super an. Ne, bleibt hier alles ungeschnitten, unzensiert, ja, alles in der Rohfassung. Wie gesagt, viele Themen haben mich in dieser Woche beschäftigt. Ein Thema natürlich, der große Elefant, der im Raum steht und ja, ich hätte das Video eigentlich beginnt somit mit It's new today, yes it is, super Kommentar. Ich denke mal, viele Leute wissen schon, worauf ich jetzt anspiele. Ich habe es gestern im Stream, super Beginn, ich habe es gestern schon im Stream ein bisschen angesprochen und zwar das Thema Page. So, für die Leute, die vielleicht hinter dem Mond leben oder kein Twitter haben oder auch vielleicht in den letzten ein, zwei Tagen irgendwo Urlaub waren, keine Ahnung. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Von Page wurden vorgestern am Abend von einem Hacker offensichtlich diverse Nacktbilder und auch diverse, ja, ich sag mal Schmuddelfilmchen, äh, ich starte wirklich gleich nochmal neu hier, Schmuddelfilmchen gefunden, vielen Dank. Ähm, und zwar nicht nur in einfacher Ausführung oder in doppelter, sondern auch zum Teil in dreifacher Ausführung. Bevor ich jetzt hier zu viele Details verrate, ähm, sagen wir mal so, solche Sachen wie Top-Comments waren wie hier, ähm, na, Brad Maddox und Xavier Woods waren, sind jetzt Anti-Spirit Tag Team Champions. Oder sie treten in einem Handicap-Match gegen Page an. Oder nur, ne, ihr wisst, wie es läuft. Und, ja, die wurden auf jeden Fall veröffentlicht und ist natürlich, äh, ziemlich kacke. Äh, also gerade für Page, denk mal, ist das eine peinliche Situation. Ähm, ich muss allerdings hier dazu sagen, ich habe es auch auf Twitter schon geschrieben. Klar, mir tut Page irgendwie leid, es ist sicherlich nicht geplant gewesen, dass das passiert. Aber, ich sag mal, in Zeiten wie heute kann sowas jedem passieren. Man sieht sehr, sehr häufig auf Twitter, dass große Hollywood-Filmstars, Celebrities, zum Teil Twitter-Accounts, etc. gehackt werden. Ähm, und da ist auch dementsprechend eine Page nicht davor, ähm, geweiht hier, dass sie auch Opfer von solchen Angriffen wird, Hackerangriffen. Ähm, ich muss da sagen, auch wenn ich mich mit der Meinung etwas unpopulär mache, ich finde, sie ist eigentlich selber schuld. So was, wenn ich schon sowas mache, und sie hat es ja gewusst, dass sie gefilmt wurde, ähm. Dann lasse ich das doch auf irgendwie externen USB-Stick oder eine SD-Karte. Gut, die würde wahrscheinlich Case Freak wieder klauen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, aber würde ich irgendwie eine SD-Karte, USB-Stick, externe Festplatte, irgendwas in die Richtung, würde ich das da draufpacken, anstatt auf der Festplatte zu lassen auf dem PC, je nachdem, Laptop, was auch immer. Ähm, und da wäre es zumindest dann für die Hacker schwerer, solange das Teil eben nicht angeschlossen ist. Und, klar, wie gesagt, Page tut mir ein bisschen leid, aber da gibt es mehr Leute, die mir leid tun. Also, zum Beispiel Del Rio, man mag von ihm persönlich halten, was man will. Ich finde ihn jetzt, ähm, jetzt nicht vom wrestlerischen Aspekt, weil der war eigentlich immer gut, sondern, ähm, vom, vom Persönlichen her fand ich ihn jetzt eher meistens unsympathisch, man hat auch immer wieder gehört, er ist ab und zu ein bisschen arrogant, ein bisschen assi, äh, Backstage. Aber jetzt mal, sag mal, hingestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel Del Rio wäre, ähm, dann wäre mir das nicht erstens nur wahrscheinlich peinlich, sondern auch unangenehm. Und es ist ja auch, ne, Del Rio und Page sind, was ich weiß, zumindest verlobt. Und das ist natürlich ein richtiger Schlag in die Fresse für Del Rio. Unabhängig davon, ob er es gewusst hat, ich denke mal, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass Page zu ihm gesagt hat, hey, du, äh, Wahrheit sagen alles recht und schön, aber hey, du, mit Xavier Woods und mit Bradet Maddox habe ich mal, äh, einen Dreier gehabt oder so. Also das ist schon, ähm, ich denke nicht, dass er es wusste, schätze ich mal. Ähm, ähm, und da tut mir Del Rio auf jeden Fall mehr leid als wie Page. Und vor allem muss man jetzt über die Konsequenzen nachdenken. Also ihr könnt jetzt auch mal hier in die Kommentare schreiben, was ihr für angebracht hält. Denkt ihr, wie wir vorher Page? Denkt ihr, wie wir vorher vielleicht Xavier Woods? Oder gibt es vielleicht eine Suspendierung, eine 30-tägige, nicht Wellness-Policy, sondern, ne, andere Geschichte halt. Brad Maddox weiß ich gar nicht mehr, ob der überhaupt noch in der WW ist, wenn ich ehrlich bin. Und, äh, da wird es interessant zu sehen, wie es weitergeht. Ich habe zumindest gelesen, anscheinend, bin ich mir jetzt nicht sicher, äh, ist Xavier Woods bereits von vielen Hausshows gestrichen worden. Und man kann nur erahnen, ja, was bei der folgenden Raw-Ausgabe für Chants draußen sein werden, wenn der New Day zum Ring kommt. Oder muss nicht mal ein New Day sein. Also, das Thema ist ja gerade in der Wrestling-Welt in aller Munde. Und, ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da passiert und wer mit welchen Konsequenzen zu rechnen hat. Man muss dazu sagen, es war nicht Pages Eigenverschulden direkt, sondern, äh, sie wurde halt Opfer eines Heckangriffs. Deswegen ist da die, vielleicht die WW noch so, dass sie sagt, okay, ähm, das ist jetzt alles nicht ideal, aber, ne, ihr wisst schon, äh, wieso. Also, würde mich, äh, eurer Meinung würde mich auf jeden Fall zu den ganzen Themen interessieren. Und ich will hier keine kindischen Kommentare lesen, oh, wo gibt's die Bilder und ihr will feppen und, äh, irgend sowas in die Richtung. Das Internet ist groß, Leute. Wenn ihr es nötig habt, dann werdet ihr fündig, ne. Ähm, so, das war das erste Thema. Dann das zweite Thema, na gut, das lassen wir jetzt, das ist ein sehr, sehr heikles Thema, mache ich ein anderes Mal vielleicht, oder später zumindest. Äh, ein Thema, was mir persönlich sehr wichtig ist für meinen Channel. Ähm, ich weiß, es müsste eigentlich immer wieder viele Leute mitbekommen haben. Äh, ich bin da wahrscheinlich einer oder einer der sehr wenigen, der da wirklich sehr hart zugreift, wenn man das im Verhältnis sagen kann. Und da geht's um erster Schreiber, Spammer, et cetera. Gerade die erster Schreiber. Ähm, sorry, ich, wenn ich einen Kommentar lesen will, dann soll der allwegs produktiv sein oder, 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 oder mit Kritik vorhanden sein. Äh, einfach, wo man mit dir arbeiten kann. Oder einfach mit, ne, ein tolles Video hast du gut gemacht, keine Ahnung. Wobei ich natürlich auch solche Leute kritisiere, die nach einer Minute schon ein tolles Video schreiben, ohne dass sie es vorgesehen haben. Die werden dann meistens auch sofort gestrichen. Weil, ich denke mir, wenn ein Kommentar verfasst wird, sollte er gut durchdacht sein, mit Kritik behaftet sein oder eben mit, mit, mit positiven Aspekten. Aber sowas geht mir persönlich ziemlich am Sack und ich will das eigentlich halbwegs eingrenzen. Ich hab da sicher schon 10, 15 Leute insgesamt geblockt, weil sie es nicht lassen können. Klar, es kommen immer wieder neue Abonnenten dazu und die wissen es nicht. Deswegen sag ich's jetzt. Erster Schreiber und Spammer werden geblockt, ohne Vorwarnung. Ja, ähm, und Leute, die sowieso herablassend, beleidigend oder so werden, da mach ich auch kurz einen Prozess. Aber das ist auch der Grund. Meine Community ist jetzt 5.000 Mann groß. Danke übrigens dafür, auch hier für 5.000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Das ist jetzt sehr, sehr schnell gegangen. Ich hab erst damit, eigentlich fast im Sommer damit gerechnet und jetzt haben wir März und ich hab schon 5.000 Abonnenten und ich freu mich jetzt YouTube-technisch zumindest auf Mania, weil da wird viel abgehen und ich hab da sehr viel, ähm, produktives Zeug YouTube-technisch zu erledigen. Also freu dich da schon mal drauf. Ähm, ja, vielen Dank für 5.000 Abonnenten und der Grund, warum meine Community eigentlich so gut wie immer normal diskutiert hat in deinem Video, auch wenn's Meinungsverschiedenheiten sind, ist einfach der Grund, weil ich solche Leute, die sofort beleidigen oder einfach nur auf Beef aus sind, die werden sofort entfernt. Da gebe ich denen nicht mal Luft zum Atmen und, ähm, deswegen ist es bei mir in der Kommentarsektion eigentlich zu 99% sehr, sehr erwachsen und das finde ich sehr super, das finde ich super auch von euch. Äh, die Leute, die normal miteinander diskutieren, ohne dass sie irgendwie gleich beleidigen werden untereinander, äh, good job hier auf jeden Fall an euch da draußen. Äh, so, dann, äh, Österreich wins it all. Ja, ich muss ja sagen, ich bin dann doch ein sehr, sehr stolzer Patriot, zumindest in Sachen Sport, wenn man schon im Fußball überhaupt nichts reißt und dann zumindest im Wintersport. Wir haben jetzt bei der Snowboard-WM in der Sierra Nevada haben wir zweimal Gold und Silber, im Parallel Riesensladung und Slalom, glaube ich, geholt mit Promega und Karl. Ähm, Stefan Kraft ist gestern Weltrekord geflogen, äh, Skiflugweltrekord, 253,5 Meter. Das ist geisteskrank, ja. Ähm, mal schauen, ob er die Raw Air heute, die Raw Air Tournee heute noch gewinnt gegen Wellinger. Und, äh, ja, Formel 1 ist bald am Start, äh, nächstes Wochenende ist soweit, da freue ich mich persönlich auch sehr, sehr drauf. Ähm, wird wahrscheinlich so ein Match werden, so zwischen Ferrari, Mercedes, knapp dahinter Red Bull und der McLaren muss sehen, der McLaren-Honda muss überhaupt schauen, dass er überhaupt von der Startfläche wegkommt. Äh, zumindest was den letzten Tests, was die letzten Tests so angeht. Äh, meine Favorite-Autos von Look sind auf jeden Fall der Sauber und der Red Bull. Also nicht der, ja, der Red Bull. Zwar auch, aber mir gefällt der Toros so wesentlich besser. Die Lackierung mit diesem Silber-Blau-Rot, das sieht einfach nur super aus. So, haben wir das auch erledigt? Ja, Livestream war gestern wieder mal super, hat mich, äh, sehr, sehr gefreut und gibt's übrigens morgen auch wieder. Ja, das heißt, äh, super Bildschirm ist jetzt ausgefallen. Äh, Livestream ist morgen wieder am Start, wahrscheinlich nachmittags 15 Uhr, 16 Uhr, wahrscheinlich 15 Uhr, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Es wird Zelda Breath of the Wild und wieder mal Formel 1 gezockt, ja, weil wir schon, äh, beim Thema sind. Äh, jo, also, wenn ihr Bock habt, dann schaut auf jeden Fall vorbei, Twitch-Link sowie andere als Social-Media-Plattform-Links. Äh, Facebook und Twitter sind in der Videobeschreibung. Solltet ihr mir da noch nicht folgen, Schrägstrich, äh, ein Like da gelassen haben in Sachen Facebook, dann tut das auf jeden Fall bitteschön, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Sowie natürlich auch, wie ihr immer wieder seht, das Glöckchen neben einem Namen drücken, ist immer ganz, ganz wichtig. Wenn ihr einen Google-Account habt, dann werdet ihr jedes Mal, wenn ihr, ne, auch auf dem Handy, äh, den Account verknüpft habt, werdet ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, äh, bekommen, äh, wenn ich ein Video hochlade und wenn ich zum Stream anfange, äh, weil, ich denke mal, jeder hat das Handy dabei, aber auf YouTube sieht man trotzdem nicht immer rein und das Glöckchen ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ich hab's selbst gemerkt. Äh, und, jo, das hier noch, auf jeden Fall hier zu diesen Themen. Ein, zwei Sachen hab ich noch, die ich jetzt ansprechen wollte und zwar wird es wahrscheinlich ausnahmsweise eine WrestleMania Preview geben, ne, es ist halt das größte Event und da wird's wahrscheinlich auch mal von mir, ähm, podcasttechnisch wieder was geben und es wird auf jeden Fall auch, zumindest werde ich's probieren, Raw und Smackdown After Mania Live Reactions geben. Ich kann's euch nicht versprechen, ich weiß noch nicht, wie ich arbeite, ob ich mir freinehmen kann, aber ich werde's auf jeden Fall probieren. Und, äh, ja, zum WrestleMania Wochenende sei mal dazu gesagt, dass Damen Merchandise endlich angekündigt wird, das ist dann jetzt, denke ich mal, zu 100% fix, dann wird dann, ich denke mal, bei den Live Reactions werde ich das machen, ich denke mal, ich könnte das verstehen, man hat halt da die, die, die größte Bandbreite an Zuschauern, wenn man da einmal so ein Merch bewirbt, ist, denke ich mal, vertretbar, äh, haben mich ja sehr, sehr viele auch immer wieder im Stream gefragt, wann ist es denn jetzt soweit und, ja, dann kann ich dem, dem Ganzen gleich mal eine, eine schöne Plattform geben und, äh, freue mich auf jeden Fall über jeden Einzelnen, der sich tatsächlich meinen Merch holt. Äh, Designs, denke ich mal, sind, äh, sehr cool, sind gelungen, äh, der Adrian hat sich da sehr viel Mühe gegeben, äh, ist auf jeden Fall auch in meiner, äh, Subbox verlinkt, Wrestling on Monday heißt den Channel, glaube ich, und, ja, Twitter-Link wird dann dementsprechend dann im Video auch von ihm, äh, in der Beschreibung sein, oder auch natürlich auch YouTube, wenn er das so haben möchte, ich habe mich dann mit ihm noch nicht so abgesprochen. Auf jeden Fall, da könnt ihr auch schon gehypt drauf sein, und, äh, jo, jetzt weiß ich nicht, ob ich das letzte Thema noch, äh, mit einnehmen soll, es ist gerade im Stream, merke ich es, der, das Thema ist zum Teil so empfindlich, ne, Fußball, viele bekommen es auf Twitter mit, und, äh, ich merke schon, ich bekomme, ich kriege jetzt sicher das Doppelte oder Dreifache ein Dislikes, nur weil ich jetzt sage, hey, ich finde vielleicht, ähm, den Rasensport, äh, Rasenspall, Rasenspall, Rasensport Leipzig eigentlich ganz cool, ja, ähm, bin Fan von, von Leipzig, auch ein Fan von Dortmund zum Beispiel, jetzt kommen gleich die, die Schalke-Fans und Disliken gleich, zweimal, äh, ich mag ja Schalke auch, soll es ja geben, also, manche von euch mögen sich da vielleicht jetzt, äh, ein Mess in die Brust dran und sagen, oh, wie kann man denn nur für beide sein, ich bin, finde beide Mannschaften sehr, sehr sympathisch, aber halt ein bisschen mehr doch BVB, und, ähm, ich habe dann auf Twitter schon, ganz ehrlich gesagt, ich habe auf Twitter schon so viele, idiotische Diskussionen erlebt, ah, du kannst kein richtiger Fan sein, wenn du Leipzig magst, ich mag Leipzig deswegen, sie haben österreichischen Trainer, den Hasenhüttl, wie gesagt, da kommt ein bisschen der Patriot durch, Red Bull ist halt ein österreichisches Produkt, ähm, wir haben, glaube ich, äh, drei österreichische, äh, Spieler drin, Ilzanka, dann, ähm, nicht Sabitzer, doch, doch Sabitzer, Sabitzer ist auch drin, ähm, und, ja, es ist einfach eine junge, dynamische Truppe, die zum Teil wirklich guten Fußball spielt, sie haben jetzt in der Rückrunde jetzt, ähm, zum Teil ein paar Probleme gehabt, äh, aber sie spielen guten Fußball und der Tabellen, Platz zwei steht ja nicht ohne, da stehen sie ja nicht ohne Grund, sie haben so viele Siege und deswegen stehen sie da, einfach weil sie, da stehen, weil sie gut Fußball spielen, ähm, und, ja, weil da einfach Leute kommen, ja, Red Bull, das ist alles nur hier, das ist keine Tradition mehr, es gibt so viele, so viele Mannschaften, fast ausschließlich in der Bundesliga, die mit so fetten Sponsorgeldern herkommen und dann die Leute, die Fans dann hinter sich, hinter die Brust schreiben, oh, wir sind ein Traditionsverein, ähm, was bringt euch die Tradition, ganz ehrlich, Leute, ich mach jetzt mal Real Talk, was bringt euch die fucking Tradition, wenn ihr in der vierten Liga rumgurkt, das ist jetzt gar kein Hate, aber ich verstehe die Leute nicht, heute, man, Fußball ist nicht mehr wie vor 10, 15, 20 Jahren, ja, Fußball hat heute zu mindestens 50% was mit dem Geld zu tun, ohne Geld kommst du heute im Fußball nicht weit, zu vor 10, 15 Jahren hättest du bei den heutigen Gehältern der Spiele gesagt, das sind irgendwie Scheichspieler, so die kommen, die haben alles mit, mit Öl mit von Saudi-Arabien und alles da unten, und, ähm, Leute, nehmt da mal so ein bisschen die Hate-Klappen runter von euren Augen, das meine ich in keinster Weise jetzt böse, aber ich persönlich denke mir, ähm, es ist halt nun mal so, man kann es nicht ändern, und anstatt man da einfach, und vor allem das Geilste ist dann, äh, was ich da gelesen habe, ich weiß nicht mal, was für ein Spiel das war, ähm, die Fans, die dann tatsächlich, äh, die Leipzig-Fans angegriffen haben, unter anderem auch nur Frauen und Kinder, ich meine, Entschuldigung, das sind für mich keine Fans, äh, das sind für mich Geistesgescherte, die gehören irgendwo in eine Irrenanstalt rein, jetzt ist mir wirklich ein Real Talk, die, 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 die Fools oder die, die Ultras, jetzt kommen die Leute gerade wieder, oh, das ist das nicht das Selbe, ist mir scheißegal, es sind, Leute, die, Leute, die Fußball mit Gewalt verherrlichen, das, das sind, die sind da oben nicht mehr richtig im Kopf, sorry, das sind für mich keine Fans, das sind Leute, die den Sport maximal kaputt machen, und ganz ehrlich Leute, wenn ihr jetzt hier, wenn, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, und ihr meint, ihr müsst eine Hate-Welle ablassen, oder mich beleidigen, dann werdet ihr sowieso blockiert, weil ich hab euch jetzt auch nicht direkt, ähm, beleidigt, sondern, wir müssen mal, Tacheles reden, die Leute, die sich mit Gewalt dann, vor allem nach den Spielen, anderen Fans irgendwie kundtun, die sind da oben nicht normal, weil es nur ein Sport ist, das ist irgendwie kein, kein Krieg oder so, aber manche Leute haben das so im Kopf, dass das Krieg ist, also, wenn ihr euch angesprochen fühlt, ja, dann, äh, seid ihr da selber schuld, weil, wenn ihr es nicht tut, dann braucht ihr auch nichts befürchten, dann wisst ihr, hey, ihr seid da ganz normal im Kopf, keine Ahnung, also, ich kann es nicht nachvollziehen, sorry, wenn man da am Fußball keine, gewisse Objektivität an den Tag bringen kann, das ist, ist mir unbegreiflich, klar, ich bin zum Beispiel jetzt nur, ich spreche jetzt von meinem Stammpunkt aus, ich bin auch jetzt nicht der, äh, der größte Bayern-Fan, äh, zum Beispiel, obwohl Alaba drin spielt, er hat zwar vor ein, zwei Jahren auch besser gespielt, als er es jetzt tut, aber, ähm, deswegen denke ich mir auch, klar, pisst es mich an, wenn jetzt, äh, wenn jetzt, ähm, Dortmund gegen Bayern flirrt, denke ich mir auch, ja, super, geil, aber es wird weder beleidigt, noch wird irgendwie hier, äh, randaliert, noch, äh, irgendwie sonst was, ähm, und ich verstehe diese Leute einfach nicht, aber ich merke schon, ich, äh, ich faser schon wieder viel zu viel in diesem Thema, aber es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, wie, wie Leute, Fußball mit Gewalt einfach so verbinden, und, äh, einfach glauben, es sei deren Religion, und einfach glauben, das sei normal, und das sei Treue zum Verein, das ist nicht Treue, das ist einfach nur Geisteskrankheit da oben, die da sich, die sich in diese Sportart so verkrampfen, und jedes einzelne, alles, was gegen den Verein geht, ob es jetzt ein Faul ist, das nicht gepfiffen wird, ein Elfer, oder irgendetwas in die Richtung, da wird geschrien, er wird geflucht, ich verstehe es nicht, Leute, ganz ehrlich, ich, ich will es auch nicht verstehen, und, äh, ich hoffe, dass ihr die Comment-Section halbwegs in Ordnung bleibt, ja, ich will mit euch da, ich glaube, gerne mal eure Meinung zu Leipzig, oder generell zu, ich sag mal, ähm, äh, Traditionsverein, gegen eben, ne, nicht und so, einfach mal reinschreiben, einfach mal normal miteinander diskutieren, bin ich gespannt, ob wir das hinkriegen, weil das Thema, äh, ist, wie gesagt, sehr, sehr umstritten, und, äh, das wird auf jeden Fall, dann nach meiner Arbeit, weil ich muss jetzt nochmal arbeiten gehen, ja, ich habe heute Glück, wenn ich dann nach Hause komme, bin ich gespannt, ob ich die Comment-Section normal durchlesen kann, ob ich in Zukunft das Thema einfach komplett vermeide, weil es keinen Sinn hat, weil auf manche Leute kann man einfach so viel einreden, wie man will, es funktioniert halt einfach nicht, und, äh, äh, ja, ich hoffe, ihr könnt mir beweisen, dass ihr eine ruhige, sachliche Community seid, ich gehe schon davon aus, ich habe euch so zumindest kennengelernt, und einfach mal reinschreibt, hey, so sieht's aus, hey, ich bin, äh, für, äh, für Tradition, äh, Tradition, vor allem ist so, für Red Bull Leipzig, wes, äh, wegen diesen genannten Gründen, oder eben nicht, aber bitte behaltet eure, äh, ja sag mal, Beleidigungen oder herablassenden Kommentare bitte für euch, wenn ihr jetzt denkt, ja, du hast doch auch die Leute, die, äh, die Huls oder schrägstrich Ultras als behindert bezeichnet, sorry, aber, das ist, es ist auch nicht normal, wenn ihr normal seid, dann könnt ihr ja mit mir dann mal drüber diskutieren, und, äh, ja, ich merke schon, das Thema wird sehr, sehr heiß, äh, äh, umfochten werden hier in den Kommentaren, aber ich bin mal gespannt, was da so bei rumkommt, würde mich trotzdem sehr über einen Daumen nach oben freuen, äh, und Daumen runter, wenn, äh, keine Ahnung, wenn ihr tatsächlich, das mit, äh, die Geschichte mit Leipzig und Traditionsverein etc., so, so ernst nehmt, was auch immer, wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Sonntag noch, beim nächsten Mal, äh, gibt es auch das Thema nicht mehr, da bin ich schon froh drüber, und, äh, aber ich wollte es einfach mal angesprochen haben, weil mich viele Leute einfach dazu gefragt haben, wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt, für nächsten Sonntag, dann könnt ihr ja unter Hashtag AskBungie, könnt ihr mal eine Frage stellen, die werde ich dann vielleicht vorlesen, bitte nur eine Frage pro Person, ich werde dann dieses Format so ein bisschen auch, Q&A, ein bisschen, äh, gestalten dann in Zukunft, das soll es gewesen sein, äh, wie gesagt, Feedback in die Kommentare, Meinungen, Kommentare zu den ganzen Themen, die in dem Video angesprochen wurden, einfach mal rein in die Comments damit, wünsche ich euch jetzt noch, wie gesagt, einen wunderschönen Sonntagabend, bald ist übrigens auch WrestleMania, könnt ihr mal auch, auch euren Hype-Level mal reinschreiben, bin gespannt, wie es dabei euch so aussieht, und, äh, jo, wie gesagt, positive Bewertung wäre wie immer super, und Feedback ist ganz, ganz wichtig, äh, damit ich halt sehe, ey, ihr wollt vielleicht in zukünftigen, äh, nächsten Sonntage wieder öfters mal so ein Video haben, dann können wir das auch standardgemäß hier, in dieses YouTube-Programm einführen, das soll es gewesen sein, ihr seid meine Manche Maniacs, wir sind die Tuka und Army, haut da rein, bis zu den nächsten Videos, peace. Peace.